So, da sind wir dann zurück beim Let's Play Classic Silver. Wir befinden uns immer noch in der Höhle, wo wir den Jungen getroffen haben, der dieses Gebrülle davon sich gegeben hat. So, wir gehen uns dann mal hier aus dem Abschnitt raus. Oh, kurze Höhle. Oh, er guckt sich vermutlich um. So, gehen wir mal hier hin. Who, or rather what, were they? They appeared to be some type of imp. They looked devilish. Be wary. But they are small, insignificant against our swords. And if there are a hundred more imps inside? I'll destroy them all. We'd better hurry then. I'm not as young as I used to be. I can't force the door open. Step aside. Let me try. Fortunately for you, I must have stressed the lock when I forced the door myself. Yes, Grandfather. Somebody? Anybody? Help me? Ja, sicher. Da wollen wir dem nochmal helfen. Ne? So einfach geht das ja. Opa hat natürlich... Und tap und hopp und zack und zack. Na, komm, greif an und hopp und hopp und hopp und hopp und hauah. Macht doch nicht sowas. Opa. Äh, äh. Hey, hey, wait there. Sorry, I quite forgot myself. How rude I must seem. Thank you for helping me with those, uh, those creatures. How could I ever repay you? Well, the Duke led us to believe that there is a telescope within the library. If you could help us locate it, we would be very grateful. Yes, yes, of course. There is a telescope in the observatory that's right at the top of the library. Oh, uh, but, but what? To Rona's the Diabolist is there. I'm sure he'd help, but he can be quite... uncivil. And unfortunately now isn't a good time. I'm afraid he's unwittingly opened a portal to another dimension, allowing those little imps you so efficiently disposed of to enter ours. He must close it before we're completely overrun. If necessary, we could help close the portal. As long as we locate Jennifer and the ship first. Please, just be careful. Ja, just be careful. Ja, da wollen wir doch mal careful sein, wa? So. Ähm. Wie wir so schön sehen können, komm. Ja, der ist wohl hier leicht verzaubert. Da kommen wir wohl nicht durch, würde ich mal so behaupten. Ähm. Und hier brauchen wir einen Schlüssel. Geil. Ja. Gut, dann nehmen wir den Gang zu unserer Linken. Sag ich doch mal so. Ich versuche, zu sein und zu Hilfe zu sein. Ja, zu Hilfe. Na gut, dann zu Hilfe. Und zack. Wie gesagt. So, hier und. Und zack. Ha, ha, ha. Der Immschnetzler. So. Na guck mal, Namen an Gelben. Was bist du denn hier für einer? Na? Ah ja. Dialog geht stiften. Oh so, wir bekommen Besuch. Ähm. Und. Und. Autsch. Aua. Und zack. Und zack. Und zack. Komm her. Und. Brumm. Bong. Na. Und. Jupp. Jassa. Zack. Zack. Ja. Ja. Ah. Wird hier immer besser. Ah, das war der eine. Ah, das war noch einer. Ähm. Autsch. Ah, den hab ich ja auch. Und hepp. Und hepp. Und zack. Oh, das war mein Web of Death. Aha. Ich erschnetzel dich. Genau, hier. Zack. Und. Aha. Und zack. Und hopp. Und zack. Und hopp. Und hepp. Und hepp. Ja, oder auch nicht, ne? Und zack. Und hepp. Na, komm. Und hepp. Aha, Treffer. So, und hepp. Lauf doch nicht weg. Komm her, hier. Und hepp. Ah, oder auch nicht. Ja, dann nehm ich halt den da. Ah ja. Wird auf Death ist wieder ready. Ja. Okay. Damit haben wir auch geklärt, wofür die abgeschlossene Tür in der Mitte ist. Ne? Da haben wir die Tür. Und da haben wir unsere. Belono. Ähm. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich da jetzt hinkomme. Respektive, wo ich die Schlüssel herkriege. Aber gucken wir doch mal, wa? Na, guck mal hier. Da ist unser Yellow Man wieder. Ah ja. Na, hier ist, hier ist, hier ist, hier ist volles Haus. Oh ja, super. Na, komm her, ja. Und. Ja, der beschießt ja hier einfach. Hopp. Und hepp. Ja, super. Jetzt geht er auf mich. Na, komm her, ja. Ja, du, hier, du, du, dich mach ich aber hier. Zack. So, dann. Picke ich doch mal. Das Katapult hier auf. Haha. So, jetzt hab ich eine. Halt. Da kommst du wohl her, du Sack. Ach, geht doch. So, äh, genau. So, ich kann mich dunkel dran erinnern, deswegen brauche ich auch das Katapult. Normalerweise müsste der aber eigentlich auf mich schießen, aber nervt mich will er wohl nicht. Hock. Bist du mal, so schnell geht das? Dann liegt er nämlich auch. So, jetzt können wir nämlich Meister Lampe hier unten ansprechen. Der Unbeteiligte. Ich habe ein Buch, das du lernst. Bullseye, du Katapult, dein Freund. Ich habe deine Spielbeamte, nicht wahr? Du schuldigst mich. Diese illiteralen Barbarien haben nichts mit mir zu tun. So, stifeln wir mal da hoch. So, guck dir mal an. Einmal Gold. Und einmal Bread. Für die, die es nicht verstehen, Brot. So, äh, wie war denn das hier? Die haben hier plus 20, plus 30. Dann ist das hier bestimmt plus 40, plus 50, plus 60, plus 70, plus 80. Würde sogar Sinn ergeben. Ähm, bam, 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 bam. Dann bin ich bald da. Dann bin ich, dann nehme ich doch. Ach hier, da habe ich zwei von. Moment. Plus 20, plus 40, 50, 60, 70, 80. Ne, würde nicht hinkommen. Okay. Ich habe mich vertan. Ja. Besonderlich viel haben wir hier nicht. Außer so ein paar Spießgesellen auf Leinwand. Und eine Spießgesellin auf Leinwand. Mit. Keine Ahnung, was im Hintergrund. Gut, dann marschieren wir mal die Treppe hoch. Aha. Da bekomme ich hier fliegenden Besuch. Zack. Und. Achtung, Achtung, Achtung. Wupp. Und. Wupp. Und. Wupp. Und. Wupp. Fällst du wohl runter. So. So. Dann haben wir hier weiter nichts. Oh, super. Ja. Ach ja, hier. Guck mal hier. Das ist. Das muss die. Ist das die Bibliothek von unten jetzt? Stockwerk tiefer oder was? Oh. Whatever. So. Latschen wir mal da durch. Kücken wir doch mal. Ah ja. Oh, super. Meister Lampe bekommt Besuch. Ach, guck mal. Der geht flüchten. Wie? Hätte es auch anders sein sollen. Ja. Die dann dahinterher, ne? Na ja, gut. Gibt es da noch irgendwas Besonderes hier? Mal abgesehen von den Schlangen da an den Säulen. Nö, nicht wirklich. Alter, ich glaube, wenn man da runterfällt, das... Na ja, aber das überlasse ich meinem Kollegen. Der erkennt das ja mit dem... Mit dem Runterfallen. Unser guter Itze. Den Seitenhieb konnte ich mir nicht verkneifen. Das ging einfach nicht. Oh ja, super. Volles Haus hier. Na und hepp. Und hepp. Und zack. Autsch. Ey, wieso spawnt der Spawnt die Imps da die Socke? Ja, weg. Weg. Ja, ist gut. Und hepp. Und zack. Ah, hier, komm. Na, das fällt doch um. Gehst du mal zu dem... Alter! Geh da rüber. Geh da hin. Ja, jetzt ist aber... Jetzt hab ich aber hier... Also jetzt... Jetzt hau ich den da aber um. Na, also geht doch. Und Ruhe jetzt aber hier. Yes, yes. Nerviges Pack. So. Ah, da kommen wir ja. Rennen wir mal zu dem Angsthasen hier rüber. Alter, die geben hier ab auf den Zink. Ich kann's thank you enough. Thank you. Thank you. You're welcome, but please try to calm yourself a little. Yes. Yes, of course. I'm fine. Sorry, where are my manners? Professor Whittle, philosopher of life and ponderer of all unanswered questions. Pleased to meet you. They get everywhere, don't they? Pesky devils. Haha, but the flying imps are the worst. Especially if they get in close. Much better to get them before they get near, don't you think? You should go. I fear you're staying here will only place you in even more danger. But what about you? Will you be all right on your own? Oh, please. Don't worry about me. You've got more than enough as it is. Yeah, yeah, na gut. Wenn du keine Hilfe haben willst, dann kriegst du halt auch keine. Gut. Im Umkehrschluss müssen wir dann wohl einmal zurück. So was aber auch. Jetzt sind wir diesen ganzen Weg dahin gelaufen, nur um ihn anschließend wieder zurückzulaufen. Ist ja herrlich, ey. Kommt ja Freude auf. So. Ah ja. Die leere Truhe. Unsere Schweigsamen auf der Leinwand. So, hat denn... Ne, mit dem kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Müsst ja noch besser. Ich krieg doch bestimmt gleich... Irgendwie krieg ich doch bestimmt gleich Besuch. Irgendwas kommt doch da. Noch, noch nicht. Da will ich hin. Dahin. Da oben. Da, dahin. Genau. Später. Bestimmt. So, hier ist auch noch alles ruhig. Und noch, noch ist alles Schiege im Moment. Oh, dann. Lalalalala. 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 Okay. So. Da brauche ich immer noch einen Schlüssel. Das ist immer noch gelockt. Heißt das, ich muss da jetzt wieder raus? Hä? Aber warum? Warum muss ich denn nur wieder gehen tun? Das ist doch doof. Muss ich da jetzt echt wieder raus? Ne. Ich kann da aber nicht wieder raus. Hä? Äh. Da nicht, da nicht. Ich gehe jetzt mal da oben hin. Vielleicht verschwindet das ja, wenn ich mich da jetzt vorstelle oder so und dem dann gut zurede. Bitte, liebe Wand, verschwinde. Bitte geh. Ist irgendwas gekriegt irgendwie, was... Nö. Nö. Hä? Äh. Ja, jetzt bin ich aber ein ganz klein... Ganz klein wenig... Ähm... Irritiert. Wieso komme ich denn da nicht weiter? Jetzt laufe ich den Weg schon wieder dahin. Ah! Äh. So. So, nun sind wir wieder hier. So, hier ist aber nix. Da kann ich auch nix mitmachen. Gut. Bleibt mir ja wieder nur der Weg dadurch. Hm. Vielleicht irgendein Buch oder irgendwie sowas hier. Hier so, da so. Nö. Nö. Hm. Oh. Oh. Oh, nö. Mit dem kann ich auch nicht... ...reden. Da liegt auch nix. Das sah so ein bisschen so aus. Hm. Äh. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich... Wo muss ich denn jetzt? Aber why? Hm. So, äh... Die da auch nicht. Komm ich da irgendwo weiter? Nö. Das war ja nur die komische Truhe. Komm ich da irgendwo? Da nicht, da nicht. Da ist das Bild von der Wand. Mit den Büchern ist auch nix los. Das ist furchtbar. Ich muss mir gerade die ganze Zeit versuchen, hier das Niesen zu verkneifen. Oh. Also nicht wundern, sollte ich irgendwie... Ich bin so dämlich. Oh, ich bin so dämlich. Da sind doch die Imps vorhin auch rausgekommen. Ah. Ah. Ja. Weak. Brauche ich wieder meinen Katzerpult hier? Erschossen. Äh. Steady. Und zack. Und zack. Und zack. Und... Ah. Siehst du mal. Da liegen sie schon. Erstmal den Blazer-Chef mit dem Katapult von der Wand geholt. Äh. Vom Regal runter geholt. Das war natürlich gut so. Mit dem Blasen... Weg war. Ja.